Okay, ein paar Leute und wir kommen zurück zu Grand Blue Fantasy Reading. Ich hab's gehört, wir sollen die Stadt erkunden. Erstmal FPS checken, wenn ich mich umgucke, ja, ist okay. Ähm, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Okay, wir bekommen einfach irgendwas gezeigt. Ach, die gibt's hier auch, okay. Okay, hier ist die Karte. Ähm, mal gucken. Stärkesplitter und Windsplitter. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich komme hier nicht wieder raus. Toll. Ah, okay. Okay, okay, okay. Sie verkauft Upgrade-Material und er upgradet dann die Waffen damit. Und dann sagen wir hier, nehmen alle meine Splitterbruder. Wir verwenden vier. Verbessern. Okay. 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 Mm-hmm. Okay, und wenn man das haben möchte fürs Upgraden, muss man halt diese Pflastersteine gesammelt haben. Okay, okay, okay. Oh, man kann, wenn man jetzt hier eine Währung hätte, andere Charaktere rekrutieren. Okay. Aber wir haben oben rechts null. Okay. Okay. Ja, und es ist die Stadt. So, wir gucken. Nebenquests. Angriffskraft 1 und... Also eine Nebenquest zum Annehmen, okay. Krabben-Echo. Dieser Junge rettet seltene Wesen namens Kleinzangen. Falls du welche findest, solltest du sie ihm geben. Ja, ich bin noch dabei. Okay. Ich suche gerade Truhen. Wir wissen von der Demo, dass in Städten auch Truhen sind. Guck ich, ob irgendwo hier Truhen rumstehen. Wir benötigen. Wir benötigen drei... Okay, dann müssen wir nur einen Pilz noch weiterfinden. Dann müssen wir auch... Ich meine, das wird wahrscheinlich alles so nebenbei kommen, wenn wir eh die nächsten Gebiete erkunden. Oh, wir haben... Glaub ich, das gefunden, was man in die Waffen macht. Oder? Oder? Nee. War nochmal was anderes. Okay. Hier wollen wir uns nachher näher treffen. Guck. 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 Und da müssen wir erst so eine Schlüssel für finden. Oder eine Quest für den Schlüssel haben. Guck. Und da werden wir kurz dafür zu tun. Oh, naja. Gucken. Das heißt, dass es angenommen ist, ne? Oh, da hast du noch mehr. Okay. Okay. Das heißt, zwei Special Keys. So, dann fangen wir hier hinten an. Kratschen mit der Kuro. Oh. 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 Baum. Äh. Äh. Behold, neue Power. Ah, ich denke, ich verstehe es. Wui! Old Dogs do learn new tricks. Okay. Einmal jeden einen neuen Skill beigebracht. Sehr. Sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir das jetzt auch. So. Ah, jetzt hat jeder noch einen äh, zweiten Angriff her, was angriffsmäßig haben hat. Eyo ist unsere Heilerin, glaube ich. Genau, sie hat diesen Heilkreis auf dem Schiff gestellt, ne? Ja. Okay, allowance. Okay, allowance. Okay, yeah. Hello. Eyo. We've come a long way since we met on... Hmm. Hey, whatcha lookin' at? Yeah! You dumb lizard. Don't sneak up on me like that. Ugh, for the millionth time, I ain't no lizard. So, whatcha doing, Eyo? Checking out the makeup selection. Ooh, that's so grown up. An elegant lady knows the importance of looking her best. I see. I still don't know anything about... You're naturally pretty. But a dab here or there could bring out a whole new... Really? I don't know if that's... How about this? Next time we'll do our faces together. With Rosetta's tutoring, of course. Aren't you curious how Lyria will look cap... Er hat so'n Schlüssel, was wir brauchen für eine der großen Truen. We'll develop a new mission. Okay. Ich will... Nö, geht wirklich nicht. Well, I'd say there's no need to stress out about it. But I want to be useful and do my share. Oh, dear. I think you might be overthinking this. Still, isn't there something I can do? Let's see. Guidebooks are pretty useful. Ever thought about writing one? Write my own guidebook? Just jot down the fun things you've seen and done. Whatever you want to share with us. Better than complaining all the time. That's like the opposite of being helpful. You're right. Okay. All right, the best. I can't wait. Such a refreshing breeze. Das... Oh. Haben wir angenommen? Haben wir angenommen? Okay. Okay. Oh. We've got lunch back on. Wow. Good sighting. Everybody's doing joy like them. Yeah. Oh. So then. Ahoy, cab'n. Enjoying yourself? Oh, brother. At least one of us is. That's for sure. Come here. Lay you in on a tip, I heard. Where it is, there's a village that runs a mining operation on an It's Goten altar dedicated to... Okay... Er nimmt... Huh. Der Schiff von dieser Größe ist eine erste für mich. Aber ich denke, dass ich sie kann. Ah, sorry, dass du dich empfiehlt. Scheiße, das ist nichts. Ich lasse diesen Ort empty. Also füge sie in. Vielen Dank. Ich werde es richtig auf. Rackham! Hallo! Schau, wer es ist. Ich habe einen Ort gefunden, der kann die Grand Ciphers abholen. Ich habe es gemacht. Ich bin sorry, dass der Schiff getötet wurde. Das war meine Schuld. Woh, 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 was bist du? Aber ich... Schau, es war ein random accident. Keiner hätte wissen, dass unser Drogon-Friend alle kreis. Es ist nicht deine Schuld, Liria. Ja, niemand schützt dich. Der Kapitän kennt das besser. So, stop zu fühlen, dass du dich über dich. Okay? Okay. Da ist das Lippe. Außerdem, wir sind in einer neuen Skydome. Wir sehen uns ein bisschen mehr Enthusiasmus, huh? Insofern, besser gehe ich die Grand Ciphers bevor etwas passiert. Naja, ich habe Fun. Okay. 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 Ich habe safe irgendwas übersehen, aber egal. Okay. Let's take a quick break, while we wait for the other. Ich will Action. Schau! Es ist der Grand Ciphers! Oh, ja! Rackham sagte, er... Kann ich dir etwas erzählen? Ich habe gehört, was du getan hast, als ich aus dem Schiff falle. Ich fühlte mich so glücklich, dass du zu meinem Schutz gekommen bist. Wir haben viel zusammengebracht. Wir haben eine neue Eile besucht. Es war nicht immer die safesten Reise. Aber du warst immer da, um mich zu schützen. Ich wollte nur Danke sagen. Danke. Und seit unsere Leben sind zusammengezogen, machen wir die meisten unserer Reise zusammen. Ja! Ja, warum... Okay, Low-FPS gerade. Ich weiß nicht, warum. Ist das so schön? Es ist sicher. Okay, jetzt geht's wieder. Und... Und... Okay, ja, den kennt man auch aus der Demo. Oh, da kommt jetzt das Demo... Areal, wo wir gegen die Goblins kämpfen. Okay, alles von der Demo ist gleich am Start des Spiels. Was? Ich... 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 Begebe... Und wir... Wir wollen nicht wirklich, dass wir keine Probleme beginnen. Wir sind eigentlich eine Crew von Humble Skyfarer. Das ist Vern. Ich versuche euch, er bedeutet keinen Fehler. Ich... 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 Ja, Action. Wir bekommen noch ein bisschen Action. Alter, Fierce Wind, und was sie sagen, ein Primeval Gott. Ja, das macht es. Ruhig. Es muss sich mit Bahamut sein, um Ballistik zu sein. Dieser Mann mit Glas weiß etwas, was wir nicht haben. Wir wollen, ob wir können... Er könnte uns zu führen führen. Was denkst du, Kap... Es klingt wie ein Primal Beast für mich. Verprügeln. Ganz klar. Verprügeln. Ganz klar. Entschuldigung? Ah, hallo wieder. Die Situation ist ein bisschen... Wenn du etwas für mich brauchst, kannst du es warten? Ich muss die Stadt erst wegziehen. Dann gehe ich zum Schrauben. Lass uns zu... Sag das wieder? Es scheint, du bist in einem Prädikament. Depending auf das... Ich empfehle den Offer, ich... Du hast einen Primal Beast erwähnt, oder? Wenn das der Problem ist, dann wollen wir einen Haken geben. Wir haben unsere eigene Haken, kurz nachdem wir in diesem Skydom gekommen sind. Ich bete, dass du ein Rund of Drinks hast, was du mit uns zu tun hast, auch. Einfach gesagt, unsere Gäste sind aligniert. Okay, jetzt kommt man das Gruppeneinstellen. Okay. Und hier kann es ja sein, dass das Spiel mich nicht mag. Bitte nicht crashen oder sowas. Also sie wollen, glaube ich, kein Online-Dings machen. Die Goblins. Okay. 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 Und jetzt müsste er uns da absetzen, wo man auch in der Demo hin konnte. Mal schauen. Okay. 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 Du fragst, wer ich bin. Ich arbeite für die Kirche von Folka, meistens als Vizur. Ich nöte mich Roland. Ich bin Katalina, Protektor dieser Crew. Name ist Rackham. Cheers. Und ich bin Io. Oigen hier. Rosetta. Du kannst mich Verne callen. Ich bin Lyria. Schön, dich zu treffen. Und endlich, dieser ist unser Kapitän. Wow, ich kann mich nicht vorstellen, dass du eine Crew zu deinem Alter bist. Well, ich bin nicht genau so ein Mann selbst. Du siehst, ich bin ein Mr. Fix-It. Handling all die wunderschönen Arzt nach der Kirche. Von Verbrauchung zu Verhandlung, ich kann das alles verabschieden. Resultate garantiert. Wenn Roland auf der Kiste ist, nichts ist unmöglich! Too dramatisch, hm? Psst, dieser Mann ist ein Appel short von einem Buschel. Er wird dich hören, du dummer! Glad du bist mit uns! High five, Fixit Dude! Uh, Dude? Once again, my name is Roland. Yep, heard you the first time. Cheers, Fixit Dude! But it's Roland! Hey, Kapitel 1 Bandit. Kapitel 2. Gewitte am Horizont. Tja, das werden wir dann im... ...nächsten Part machen. Hm? ... Would you mind checking on the others? ... ... ... ...